So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Diddy Kong Racing. Ich bin Schauß, Leute, und wir waren einfach dieses Rennen gewonnen. Weil ich ja geschnitten hab. Weil ich nicht wollte, dass die Cutscene ins nächste Video noch reingreift und der Fight und... Ach nee, ich hab ja noch eine Stage vor mir. Aber da mach ich erst noch das Bonus-Game. Ich mach erst schnell das Bonus-Game. Bonus-Game-Ani-A! Hui! Einmal das schnell machen. Dark Water Beach! Dark Water Beach! Das ist genau dasselbe wie mit hier... Ihr wisst schon. Genau dasselbe wie Icicle Pyramid. Das ist also exakt dasselbe. Einmal. Ich muss mich immer noch beeilen. Es ist und bleibt ein Rennen. Es ist und bleibt ein Rätsel, stirb. Das Geil ist, man kann jetzt diese Sachen nicht abwehren irgendwie. Also... Man kann schon sagen, diese Verfolgungsteile sind irgendwie das Unfairste hier überhaupt. Au! Weil wenn du dann jemanden im Visier hast, dann ist der eigentlich schon am Arsch. Voll assi. Na komm her! Geh mir dann! Boah, da wär ich jetzt fast reingefahren, aber nur fast. Make hat noch Volk? Das ziehe ich ja überhaupt mal nicht ein. Make! Ah, jetzt hat er mich auch, aber ich hab ihn dadurch getötet. Immer schön hier mal hin und her pendeln. Stirb, Make! Aua! Blöpp! Okay, ich hab noch vier, die haben noch sechs, aber die können sich auch mal ruhig gegenseitig ein bisschen bekriegen. Das wär gar nicht mal so unfreundlich. Wow, daneben! Zum Glück! Fucker! Okay, aber Noch ist ja alles hier Im grünen Bereich. H steht für Homing. Und H steht für Tod an dir. Oh, hab ich schon auch von irgendwas getroffen worden? Egal wer es war, ich glaub es war Make und der ist gestorben. Ja, ja, ich hab dafür jetzt keine Zeit. Tick-Tack-Dingsi! Tick-Tack-Dingsi! Gib mir das Tick-Tack-Dingsi. Ich hab das Tick-Tack-Dingsi. Drei von vier Tick-Tack-Dingsis! So, und auf in das letzte Level bis... Und dann zum Boss. Oh, ich bin richtig in Höchstform hier, will ich mal sagen. Ich bin so richtig in Höchstform. Da muss schon ordentlich was passieren, damit ich das verliere. Haha, ich hab aber noch was bekommen. Da war eine, die hab ich grad gesehen, so nebenbei. Nerv nicht! Scheiße. Fuck. Macht nix. Ist alles noch im grünen Bereich. Alles noch im grünen Bereich, Leute. Die sind alle sehr dicht aufeinander. Ja, das sagst du richtig, Junge. Egal. Hier. Da. Friss den. Wow! Das klang so wie Yoshi. Das klang wie ein Yoshi, das Ding gerade. Okay, go for it. Tu ich. Da sind die ganzen Leute, die schnapp ich mir jetzt. Okay, die schnapp ich mir. Verdammten Freaks. Da. Hab sie schon fast. Du Wichser! Oh, dann knallt der mich ab. Ein Außenstehender! Ja, ist gut. Na, komm! Fuck, man! Das gibt's nicht! Ein paar Millisekunden! Fuck, man! Ja, ist gut. Verpisst euch mal! Gebääämm! Und voll vertroffen, ja. Okay. Ich hüfte mich hier auch nur so durch mein Leben, ey. Okay, aber ich bin Vierter und brauche nur noch zwei Münzen. Saugut. Die eine ist ja da außen, da nehme ich jetzt meinen Boost mit. Sauber! Hast du mich gerade ausgelacht? Hier. Scheiße. Das war aber schlecht. Und da ist die letzte. Die Münzen sind hier sauleicht verteilt, ja. Ne, die Münzen sind hier in dem Level sauleicht verteilt, finde ich. Hier. So. Ich führe. Und sollte mir jemand zu nahe kommen, frisst du eine Rakete. So, und, ja. Eins A. Bäm! Geil. Bis auf ein Retry, Whale Bay, nein nicht Whale Bay, sondern diese Strandwelt geschafft. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Geil! Genial! Okay. Okay, du Penner. Jetzt wird er aber auch fies. Ihr werdet sehen, warum. Da. Das meine ich. Ihm genügt nicht mehr eine Falle. Jetzt macht er mehrere. Scheiße. Ich wollte eigentlich noch sagen, Zielen und Feuer. Vor allem hier, drei. Immer schön. Wenn man aber immer schön am Rand bleibt, dann kann da ihm damit auch nicht sonderlich sehr viel. Trotzdem, ich versuche jetzt mal, mich ein bisschen zurückzuhalten, bis ich die Chance habe, ihn zu überholen. Weil jetzt gerade... Wie ich es hasse. Wie ich es hasse! Wie ich diese Blasen hasse. Aber jetzt sind nicht mehr diese normalen Stachelminen. Das sind jetzt Blasen. Und die Blasen sind fies. So. Hier. Da. Und schon bin ich wieder im Rennen. It's not over yet, dude. Not over yet! Restart Race. Das hätte ich... Das war zu viel. Aber das Schlimme ist ja, diese Blasen, die bleiben auch noch so verdammt lange in dem Spiel. Im Rennen, meine ich. Oh, Banner. Ich spare mal lieber auf Lenkraketen. Gerade hier bei Wasser. Die glauben doch nicht ernsthaft, dass ich denn da durch die Mitte fahre. Das ist ja viel gefährlicher. So. Und Tschüss. Jetzt muss ich ihn nur irgendwie abhängen. Dann kann er mir auch mit seinen Blasen nichts. Und meine Nase juckt schon wieder. Immer bei Bossrenn juckt meine Nase. Es ist voll fies. Meine Nase will nicht, dass ich gewinne. Ohne Witz, meine Nase juckt. Ist mir egal. Shadow, ignoriere das Jucken. Juckt verlangen. Oh, gut. Da, er geht jetzt eigentlich. Wenn man einmal vor ihm ist, weil er wird nicht sonderlich schneller. Er wird nicht sonderlich schneller. Und sollte er jetzt mich trotzdem überholen, ja, krieg ich ihm eine fette Rakete in den Arsch. Ganz einfach. Finde ich gesagt, eine so eine fette Rakete ist viel schlimmer als so zehn kleine. Es ist wie, als würdest du zum Imbiss gehen und eine große Currywurst bestellen, als würdest du hier zehn kleine bekommen, ey. Das ist trotzdem satt. Das ist so ein dummes Beispiel. Okay, das war's. So viel zum Strandlevel mit zwei Retries. Okay. Hat er mich gerade Shrimp genannt? Goodbye. Dieses Goodbye. Das ist irgendwie voll merkwürdig. Okay. You can do it. Genau, jetzt you will be ready for Wispig. Und jetzt werde ich mich noch zur neuen Welt begeben und dann war's das auch für dieses Mal. Ich bin auch wieder, also ich bin von meiner Leistung bislang zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, wie Make sich hier in dem Level schlägt. So. Okay. Dann begeben wir uns jetzt gleich einmal zur nächsten Welt. Das war unnötig, aber egal. Gut, ähm. Aua. Wobei ich mich manchmal frage, woher man wissen soll, dass da denn eben halt das hier die nächste Welt ist. Die Welt 16. Äh, die Welt bla. Dragon Forest. Woher soll ich das wissen? Als Außenstehender. Na okay, das war's für dieses Mal bei Let's Play, äh, Let's Race Diddy Kong Racing. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.